Hast du ein Boxschumpfbett und deine Matratze rutscht andauernd weg? Jeden Tag musst du deine Matratze wieder richtig rücken, damit alles in seinem Platz ist? Dann habe ich gute Nachrichten für dich, weil dieses Video ist für dich. In diesem Video erfährst du vier Lösungen, was du machen kannst, wenn deine Boxschumpfbettmatratze rutscht. Mein Name ist Philipp Warzeck, ich bin der Mitgründer von Jagdbett.de und beschäftige mich schon seit vielen Jahren mit dem Thema Schlaf. Doch zuerst solltest du wissen, dass es bei einem Boxschumpfbett im Gegensatz zum normalen Bett einen großen Unterschied gibt, nämlich den Holzrahmen. Beim normalen Bett hast du immer einen Holzrahmen um die Matratzen herum, wodurch die Bewegungen beschränkt sind, weil sie kann nicht über den Holzrahmen drüber springen. Beim Boxschumpfbett hingegen haben wir keine Begrenzung, somit kann sich die Matratze frei bewegen und der Topper kann sich frei bewegen. Das an sich jetzt nichts Schlechtes ist. Weil genauso wie wir uns im Schlaf bewegen, sollte sich auch unsere Schlafunterlage bewegen können. Weil damit kann sich immer wieder neu ausrichten, neu anpassen und genau das ist auch der Unterschied, warum es beim Boxschumpfbett doch einen etwas höheren Komfort gibt. Die erste Lösung, was du machen kannst, wenn du mit einer Boxschumpfbettmatratze rutscht, beginnt bereits beim Boxschumpfbettkauf. Wir haben ja bereits ein Video erstellt, auf was du achten musst, wenn du ein Boxschumpfbett kaufst. Das verlinken wir dir rechts oben im Video. Und da geht es darum, dass das Boxschumpfbett bereits Anti-Rutsch-Oberflächen integriert hat. Die haben verschiedene Formen. Es gibt welche, die haben Anti-Slip oben stehen. Andere, die haben nur so kleine Kugeln drauf, also so kleine Punkte, wie man es dann auch kennt bei den Kindersocken. Dann so kleine Noppen, die das Rutschen dann verhindern. Und genauso ist das eben beim Boxschumpfbett das Gleiche. Ebenso Anti-Rutsch-Oberflächen sorgen dafür, dass weder die Matratze dann noch der Topper rutschen kann. Im Idealfall sind diese zumindest auf der Matratze, also auf der Ober- und Unterseite, weil damit kann nämlich weder der Topper noch die Matratzen auf der Box rutschen. Noch besser wäre es natürlich, wenn auf den Boxen zusätzlich nochmal eine Anti-Rutsch-Oberfläche ist, weil dann kann tatsächlich nichts passieren. Beim Topper ist es eher unüblich. Man kann es aber auch machen, dass man eben hier auf der Unterseite nochmal Anti-Rutsch-Oberflächen hat. Aber dieser Lösungsvorschlag ist natürlich nur, wenn du ein Boxschumpfbett erst kaufst. Lösung 2, wenn deine Matratze rutscht, sind sogenannte Anti-Rutsch-Matten. Anti-Rutsch-Matten haben genau den gleichen Effekt wie eine Anti-Rutsch-Oberfläche. Sie sollen verhindern, dass deine Boxschumpfbett-Matratze rutscht. Und diese gibt es auch günstig online zu kaufen. Natürlich kannst du sie auch stationär kaufen, wo es dir lieber ist. Die kosten auch kein Vermögen. Und die legst du zwischen die Boxen und die Matratze. Und wenn dann der Topper auch noch einmal rutscht, dann kannst du sie sogar auch noch zwischen die Matratze und dem Topper legen. Ob du jetzt dann zwei einzelne Streifen nimmst oder ein großes durchgängiges, macht jetzt nicht viel Unterschied. Natürlich, je größer die Fläche ist, desto besser ist es, weil desto mehr Reibung erzeugst du und desto weniger kann dann auch die Boxschumpfbett-Matratze rutschen. Und es ist egal, ob du diese längs legst oder quer legst. Es geht nur darum, dass so viel Oberfläche wie möglich mit dieser Anti-Rutsch-Oberfläche bedeckt ist. Lösung Nummer 3, wenn deine Boxschumpfbett-Matratze rutscht. Das ist ein durchgängiger Bezug für beide Matratzen. Normalerweise ist es so, dass Boxschumpfbetten mit einer Breite bis zu 140 cm eine durchgängige Matratze haben. Ab 160 cm breit, also 160 cm, 180 cm, 200 cm, also Doppelbetten, ist es so, dass die Matratze oftmals geteilt wird. Hat natürlich den großen Vorteil, dass beide Seiten ihren individuellen Härtegrad einstellen können. Somit kann auch eine schwere Person mit einer leichten Person im gleichen Bett schlafen und beide liegen optimal. Doch eben weil zwei einzelne Matratzen sind, ist es auch so, dass sie auch zwei einzelne Bezüge haben. Man kann auf Anfrage oder manche Hersteller machen das dann eben auch, einen Bezug über das gesamte Boxschumpfbett machen. Hier ist dann eben wieder zu klären, ist es eine durchgängige Matratze. Dann kann man es wieder nicht individuell einstellen, ob man es jetzt rechte Hälfte hart haben möchte, linke Hälfte weich, weil man muss eben eine Einheitsmatratze nehmen. Oder die zweite Variante ist, dass man zwei einzelne Kerne hat, also dass man wirklich einen gesamten Bezug hat. Zwei einzelne Kerner drinnen. Somit sieht es optisch wie eine große Matratze aus, aber praktisch, also im Inneren, sind zwei einzelne Matratzen, die du dann eben individuell auf dich einstellen kannst. Hat natürlich einen großen Nachteil, nämlich das Wenden der Matratze ist viel schwieriger. Also du solltest dir die Matratze jedes Monat einmal wenden, alle drei Monate auch einmal wirklich auch drehen, also auf den Kopf stellen. Und wenn du jetzt eine große Matratze hast, ist es natürlich viel schwieriger, als wenn du zwei kleine Matratzen hast. Und mit einem durchgängigen Bezug verrutschen zwar die Matratzen nicht mehr auseinander, allerdings kann die gesamte Boxschirmbritmatratze rutschen. Das kannst du eben dann nicht verhindern, da musst du dann wieder auf die Anti-Rutsch-Oberflächen achten oder eben Anti-Rutsch-Matten dir zulegen. Und Lösung Nummer vier, wenn du in der Boxschirmbritmatratze rutscht, ist ein sogenannter Spanngurt. Dieser Spanngurt kennt man auch, wenn man Sachen im Auto festmachen muss oder für LKW-Ladungen, die auch irgendwo runtergespannt werden. Das sind sogenannte Spanngurte, die können auch für den Boxschirmbrit verwendet werden. Die gibt es auch online zu kaufen, gibt es teilweise mit Liebesbrücke, manchmal auch ohne, also dass die Besucherritze in der Mitte verschwindet. Und hier geht es darum, dass ein Spanngurt um die Matratzen gegeben wird, das festgezurrt wird und somit die Matratzen nicht mehr rutschen können. Hier ist es eben so, dass die Frage ist, hast du ein Boxschirmbrit mit oder ohne Topper? Hier haben wir auch nochmal ein eigenes Video dazu für dich, verlinke ich dir rechts oben. Und warum das eben so wichtig ist, weil ja die Matratzen, wenn man einen separaten Topper noch einmal hat, einen Möbelbezug haben, also den gleichen Bezug haben wie das Boxschirmbett. Somit wird dann auch die Matratze nicht bezogen und dieser Spanngurt ist von jedem sichtbar. Dementsprechend keine so schöne Lösung. Ist der Topper bereits integriert, also aus dem amerikanischen Boxschirmbett bzw. Continentalbett, dann ist die Boxschirmbettmatratze hier in einem Matratzenbezug. Also das ist dann dieser weiße Bezug, der um die Matratze herum ist. Da hast du normalerweise eben auch zwei einzelne Matratzen. Hier ist es kein Problem, weil du tust die Matratzen gesamt beziehen und somit siehst du dann diesen Spanngurt nicht mehr. Dementsprechend, diese Lösung ist eben nur etwas, wenn du immer ein amerikanisches Boxschirmbett ohne Topper hast. Ansonsten muss jeder individuell entscheiden, ob man dann einen Spanngurt sehen möchte oder nicht. Auch hier ist es genauso wie bei der Lösung 3, dass man das Verrutschen der Matratzen auseinander verhindern kann, allerdings nicht das gesamte Rutschen der Boxschirmbettmatratzen verhindern. Ich hoffe, du hast etwas aus diesem Video lernen können. Hast du noch irgendwelche Fragen oder offene Punkte, dann schreibe es gerne unterhalb in die Kommentare. Hat dir dieses Video gefallen, gib einen Daumen nach oben. und möchtest du kein weiteres Video mehr verpassen, dann abonniere diesen Kanal.